Hey Dudes, was geht ab? Herzlich Willkommen hier zu einer neuen Folge von Werte zur Legende. Ich hätte es auch nicht mehr geglaubt, dass hier nochmal öfter was kommt. Aber es gab Vorschläge und Ideen und ich merke gerade dieses Mikrofon. Das ist mal wieder ein bisschen nervig. Es nervt, es nervt, hoch 10. Aber es geht. Ja, es gab ein Thema, so ein bisschen und ich habe ein bisschen getwittert heute. Wir sind ein bisschen rumgelesen und da was Interessantes festgestellt oder gesehen. Und darüber können wir ja reden. Jetzt, wo wir auch hier schon ein Nationalmannschaftsspiel haben. Da kommt man ja auf die Idee, ach, was ist denn mit Weltmeisterschaft und so weiter und so fort. Und ja, meist zu irgendwelchen Weltmeisterschaften werden ja oft vielleicht auch neue Regeln oder neue Techniken eingeführt. Und da war jetzt das Thema vorgeschlagen, glaube ich, von Falcon Plays, was ich denn von Hintertorkameras und Chip im Ball halte. Und ja, das könnte man im gleichen Atemzug nennen wie ein anderes interessantes Thema, ach, dass man sogar doppelt gestalten kann, dieses Thema. Also, ich fange erstmal an mit dem Thema Weltmeisterschaft 2020, meine ich. Und, wunderschön. Ja, konnte er nicht mehr machen. Ich wollte, dass er zurücklegt. Weltmeisterschaft 2020 soll im Winter stattfinden, so wie ich das gelesen habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt die endgültige offizielle letzte Meinung ist. Und, ähm, das wäre ja schon mal was Interessantes. Habe ich, glaube ich, auch noch nie sowas erlebt. Eine Winterweltmeisterschaft. Bisher war es für mich immer im Sommer. Aber vielleicht war das früher ja auch schon mal anders, weiß man ja nicht. Und dazu habe ich ein Tweet von Mario Basler. Ja, man glaubt es nicht. Mario Basler gelesen. Und zwar, was ist denn so schlimm an einer Winterweltmeisterschaft? Es gibt ja schließlich auch Frauen, EM und WM. Und, äh, klingt lustig. Und, äh, im nächsten Moment habe ich mir gedacht, ja, ist ja jetzt nichts Wildes bei, oder? Ach, shit. Ähm, klingt eigentlich nicht nach wild. Irgendwie, ne? Aber, es gab jede Menge Retweets. Shit. Äh, Retweets dazu. Auch von der Hör zu und Hast du nicht gesehen. Die das besonders frauenfeindlich fanden. Und, äh, ich habe das im ersten Moment gar nicht als frauenfeindlich, also, so empfunden, dass er meinte, äh, ja, dass das so schlimm wäre, dass es Frauenweltmeisterschaften oder sowas gäbe. So habe ich das gar nicht verstanden, irgendwie. Also, man kann es ja nochmal analysieren. Also, er sagt, was ist denn in einer Winterweltmeisterschaft schlimm? Es gibt ja schließlich auch, oder es gibt ja auch, Frauen-Europameisterschaft und Frauenweltmeisterschaft. Okay, also, man kann es jetzt natürlich so auslegen. Ja, also, wenn Frauenwelt... Ja, geile Sache. Oh, Taldo. Ähm, wenn eine Frauenweltmeisterschaft nicht schlimm ist, dann ist eine Winterweltmeisterschaft auch nicht schlimm. Könnte man negativ ausfassen und verstehen. Ähm, ich denke, das ist einfach nur, wie er halt immer ist, eben ein dummer Spruch und lustig gemeint. Auch jetzt nicht unbedingt was Böses oder so. So Frauen verachten oder so, ist keine Ahnung. Es sind aber irgendwelche Frauenbeauftragter oder irgendwie so stecken dahinter, die dann mal wieder gegenpissen mussten. Was auch immer. Also, ich finde eine Frauenweltmeisterschaft gar nicht schlimm. Ich finde es interessant anzusehen. Äh, es sind Frauen, die Fußball spielen. Ist ja jetzt irgendwie nichts Wildes, oder? Also, dass sie vielleicht nicht ganz so gut spielen wie die Herren, ist ja wohl klar, weil sie ja einfach... anders gebaut sind und so weiter. Haben halt nicht unbedingt so den Körper und so weiter. Aber die sind doch schon sehr stark. Die Frauen. Also, sollte man jetzt nicht irgendwie sagen, äh, die können ja nichts hinter Frauen. Und, äh... Ja, keine Ahnung. Also, ich fand jetzt den Spruch jetzt nicht so mega sexistisch. Frauen verachten feindlich, was auch immer. Und, äh, wer da unbedingt so viel hineinlesen möchte, der solle das doch bitte tun und eben sich das denken, was er dazu meint. Aber, dass man da jetzt extra so ein Fass aufmachen muss, verstehe ich nicht. Wie auch immer, ähm, interessant ist ja natürlich auch, in dem Zusammenhang zu einer Weltmeisterschaft, äh, die Sachen, dass die da mal neue Sachen einführen wollen. Also, zum Beispiel, Hintertorkameras, davon habe ich noch nicht so viel gehört. Äh, die hatten ja schon... Also, ich... Ja, vielleicht ja doch. Einfach die Kameras am Tor, damit man einfach sehen kann sofort, war das jetzt ein Tor oder war das keins. Und, ähm... So was sollte dann auch, meiner Meinung nach, wirklich eingebaut werden. Ich finde das fies, ähm, selbst wenn es bedeutet, dass zum Beispiel die deutsche Mannschaft irgendwie ein Tor aberkannt bekommt oder was auch immer in einem Spiel, nur weil die Kamera eben sagt, war kein Tor oder sowas, ähm, ist ja Wurst. Es ist einfach Gerechtigkeit für alle. Ich finde, sowas ist halt gemein, wenn Schiedsrichter das nicht sieht und die Spiele eben da nicht dann so ehrlich sind. Und, ja... Äh, wenn die Spieler halt nicht so ähnlich sind, dass sagen, ja doch, der könnte drin gewesen sein. Man sieht das ja auch alles nicht so schnell. Dann bin ich dafür, dass es eigentlich eine ganz kurze Zeit, äh, Stopp geben soll. Meinetwegen 20 Sekunden und dann einfach kurz mal geguckt wird. War der Ball jetzt drin? Zack, Zeit angehalten. Ihr guckt, aha. Der Ball war nicht drin, zum Beispiel, und damit kein Tor. Abstoß oder was auch immer. Ecke, wer auch immer das, äh, wie auch immer man das sehen möchte. Und, ähm, ja. Das sollte eigentlich, ich finde das fair, ähm, wenn man sowas einbaut. Chip und so weiter kann meinetwegen auch dann da rein, der hilft ja, glaube ich, auch zum Messen von, was weiß ich, irgendwelchen Daten oder was auch immer. Aber, ob der jetzt dann ganz nötig ist, weiß ich nicht. Ähm, solange der Ball dadurch nicht fernlenkbar wird, ist mir das alles egal. Ähm, ähm, und ich bin nicht der Meinung, dass Fußball davon lebt, dass es Fehlentscheidungen gibt. Fehlentscheidungen sind gemein und fies und es gibt immer nur dann Probleme. Und, warum nicht dem Schiedsrichter eine Hilfe an die Hand geben, dass er, dass solche Probleme zu vermeiden sind. Also, ich sehe da kein Problem, dass der Schiedsrichter mal so eine Hilfe bekommt. Und, ähm, es mag ja vielleicht Argumente dagegen geben. Ich weiß es nicht. Vielleicht kennt ihr ja, welche Argumente, die dagegen sind. Ähm, mir fällt da keine ein, jetzt so richtig. Außer, dass vielleicht, dass er Spielfluss unterbrochen würde. Pff, keine Ahnung. Das könnte ja theoretisch mit einem Schiedsrichter, der hinter der Kamera sozusagen ist, geregelt werden. Die, gibt ja auch Linienrichter. Sonst dürfte es auch keinen Linienrichter geben. Der Linienrichter, äh, oder der, der Schiedsrichter hinter der Kamera hat halt immer eine Slowmotion-Camp. Kann das, ach, kann sich halt immer, äh, mit, also Sachen angucken. Also so Ausschnitte halt aus einer, ähm, Highspeed-Kamera oder was auch immer. Um dann eben zu sehen, war das jetzt hier Tor oder nicht. Und, äh, meiner Meinung nach könnte es ruhig auch Entscheidungen im Spiel geben, die, oh, schön, ähm, die vielleicht auch mit dieser Kamera, weil es gibt ja so unendlich viele Kameras in, äh, einem Fußballspiel, auch, ähm, aufgenommen werden könnten, um dort dann auch den Schiedsrichter anzuzeigen, hier, da war eine fiese Attacke oder sowas, wenn der das nicht sehen konnte, fragt er nach, Linienrichter, hast du was gesehen? Äh, Kamerarichter, hast du was gesehen? Und so weiter. Dann hat man, weil man hat ja auch in vielen Sachen einfach den Videobeweis. Es wird ja auch alles immer gesehen. Warum die Technik nicht einfach nutzen, um das Spiel fair zu machen. Äh, wenn es jetzt aber unausgereift ist und das halt ewig dauern könnte, bis man immer wieder eine Entscheidung dazu findet oder trifft, dann ist es natürlich behindert. Dann geht der Spielfluss komplett flöten und man hat da zwischendurch fünf Minuten Pause. Das ist immer blöd. So nicht, natürlich. Aber wenn das on the fly, also im Spiel funktionieren würde, Oh, zu weit. Dann hätte ich eigentlich nichts dagegen. Auch wenn dann irgendwelche Entscheidungen, bla, den hat er mit der Hand doch ins Tor gegeben, dann wäre Maradona inzwischen, hätte er es nicht geschafft, das Tor zu machen. Ach, Junge. Das ist doch so behindert. Bei PS habe ich das schon so oft gesehen. Dass sie einen leeren Schuss, einen Gretschuss machen, ohne dass der Ball da irgendwie anpompt. Mann. Oh, schön. Schade. Ja, wie auch immer, ihr könnt gerne eure Meinung dazu mal in die Kommentare schreiben. Und um noch das letzte Thema zu verbraten, was ich eigentlich auch schon mal verbraten hatte, was ich von Pyrotechnik halte, ich finde es nicht gut. Es gibt Leute, die sagen, ja, wir finden Pyrotechnik voll geil, ich finde es gefährlich und das ist meine Meinung so dazu. Jemand, der sich in so einen Block reinstellt, hat selber Schuld, ist für mich keine Antwort auf das Problem. Aus dem einfachen Grund, es ist gefährlich einfach. Das ist Tatsache. Pyrotechnik ist gefährlich und wenn du da eine Fackel hast, die über 1500 Grad heißer sein kann oder noch heißer, keine Ahnung, weiß ich nicht genau und ja, dann kann es da echt Probleme geben. Da kann sich jemand nicht nur irgendwie verletzen, sondern es kann auch geschehen, dass da jemand, was weiß ich, Augenlicht verliert oder Sachen von ihm abgefackelt werden oder dass er sogar ganz stirbt und das ist ja nicht gefährlich, wenn man sich damit auskennt, bla bla bla. Das ist immer so ein Gesülze. Ich weiß nicht, ob es schon Verletzte, Tote, was auch immer durch sowas gegeben hat, aber wenn man keine Ahnung, ist halt meine Meinung, ich habe keine Ahnung davon. Es kann eben was passieren und nicht nur so ganz leichte Sachen können da passieren. Reicht ja schon, wenn so eine Fackel runterfällt, so eine Bengalo. Und jemand die Jacke brennt plötzlich. Man hat ja plötzlich total Verbrennung am Rücken und so weiter und so fort. Oder jemand, der nicht im Block sein sollte, da ist, der sich nicht auskennt, der kriegt Rauchvergift und was auch immer. Finde ich alles nicht gut. Also, ist halt meine persönliche Meinung. Es gibt Leute, die es sehr toll finden, die Super-Ultra, Mega-Lords, die Ultras halt, sagen halt, ja, nee, das ist toll. Das gehört dazu. Muss man respektieren, dass die das toll finden. Ich finde es nicht gut. So, das ist so meine Meinung dazu. Aber ich finde es natürlich, einerseits sieht es natürlich auch cool aus, aber andererseits ist es halt, ist es eben auch gefährlich und ich weiß nicht, wie man das sehen will. PES führt es ja jetzt wieder ein. Ich weiß nicht, ob es schon vorher mal war, dass da Pyrotechnik im Spiel zu sehen war. Bildet halt die Realität nach, soll aber nicht unbedingt bedeuten, dass man das gut heißt. Nicht wahr? Also, ich finde es sieht ganz nett aus, kann aber auch ziemlich stören und gefährlich sein. So, das wäre dann meine Meinung, die ich schon mal kundgegeben hatte. Och, nee du. Oh, nee du. Da dreht sich die Pille raus. Schade. Ja. Wenn ihr das anders seht, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben und sagen, das ist total nicht gefährlich, was auch immer. Ich bezweifle das, dass es nicht gefährlich ist und ja, ist halt meine Meinung. ich möchte nicht da stehen, wo es das, wo es, äh, die Pyrotechnik gibt. Karwin hat gut gehalten. Ja, das war es eigentlich auch schon für die Themas, die ich so, ähm, für die Themen, Themas, ey, Junge, die lernen Deutsch, die Hauptschule Digi. Ja, also das sind so meine Themen. Ihr dürft mir gerne neue Themen auch in die Kommentare schreiben. Ich werde vielleicht jetzt noch ein paar Folgen machen, jetzt nicht extrem viele, nicht 20.000, außer es ist wirklich mega krass gewollt, wie ich das auch schon in der Folge 52 von Tottenham, glaube ich, gesagt hatte, was ich jetzt nicht so dem Mega, das Mega-Feedback hatte. Hatte dann im Endeffekt 130 Aufrufe, was ganz okay ist und 9 Likes. Lieber wären mir dann schon, ähm, Wow. Keine Ahnung. 300 Aufrufe oder so, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt alle so interessiert. Deswegen, boah, Glück. Alter Schwede, wenn man sich das ansieht, wie dämlich die KI manchmal ist, ne? Ja, wie auch immer. Ähm, also gerne in die Konkurrenze Kommentare eure, äh, Vorschläge für Themen, was ist noch so interessant. Es gibt jetzt, ist ja auf jeden Fall wieder viel Neues im Gange, besonders da die neue, äh, neue Saison ja bald wieder anfängt und so weiter und so fort. Da wollen wir mal gucken. Jupp. da kann ich nicht durch, shit, shit, sorry, 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 shit, sorry, sorry, shit, sorry, 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 shit, shit, Ja, die Folge ist auch gleich zu Ende Und jetzt versuche ich nochmal ein Ding reinzuschießen Aber Irgendwie auf Mann Leider Hier, hier, hier Oh, Mr. Alu Mensch, Otaldo, mach doch mal was richtig hier Naja, egal Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal hier an dieser Stelle bei euch Für eure Aufmerksamkeit Auch dafür, dass ihr es unter anderen Videos geschrieben habt Dass ihr wieder das sehen wollt Ja, freut mich Wenn ihr an dieser Serie gefallen habt Aber zeigt es mir vielleicht ein bisschen mehr Also gerne Mehr liken Diese Folge Also Kann oder, ich kann mir vielleicht überlegen Wow, was ist jetzt Sind wir irgendwie qualifiziert Sind wir Weltmeister Weiß ich nicht Ab 20 Likes Fang ich an, die nächste Folge aufzunehmen Oder was auch immer Keine Ahnung Irgendwie so Also würde mich auf jeden Fall freuen Wenn wir es schaffen Und ich dann auch ein neues Thema habe Wäre auch ganz wichtig So, und Hannover 96 ist unser nächster Gegner Ach, der Spieltag oder irgendwie sowas Keine Ahnung Neunter Ja Ja Aufstellung Oh Okay Messi und Ronaldo Nicht gut drauf Naja, was will man da machen Sieht auf jeden Fall verdammt gut aus So viele rote Spieler Prost Otaldo Messi, Ronaldo Und ein neuer Naja Äh Gut Das war's Für diese Folge Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Wenn wir ein neues Thema haben Und Ähm Ja 10.000 Likes Okay Macht's gut Bis zum nächsten Mal Tschüssi